Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, was ihr tun könnt, um den Juckreiz von Mückenstüchen zu lindern. Wenn einen eine Mücke gestochen hat, fängt dies oft an, sehr stark zu jucken. Sich nun nicht zu kratzen, fordert sehr viel Disziplin. Durch das Kratzen wird die Haut aber gereizt und es können üble Entzündungen entstehen. Neurologen der Uni Lübeck haben nun herausgefunden, dass man dies verhindern kann. Denn man kann mit einem einfachen Trick das Gehirn überlisten, indem man sich einfach vor einen Spiegel stellt und zum Beispiel sich an derselben Stelle am anderen Arm oder Bein kratzt, also sozusagen immer spiegelverkehrt kratzt. Das Gehirn hält nun den anderen Arm für den Juckenden. Und der Juckreiz verringert sich, da man nicht mehr auf der Einstichstelle direkt herumkratzt. Dass die Mückenstiche heutzutage mehr jucken als früher, liegt zum einen daran, dass auf den Feldern ausgebrachte Pestizide vorhanden sind. Oder auch daran, dass eingewanderte, exotische Mücken es bei uns mittlerweile gibt, deren Gift unsere Haut noch nicht gewohnt ist. Um den Juckreiz auch zu lindern, kann man auch eine frisch aufgeschnittene Zwiebel auf die eingestochene oder beziehungsweise auf den Stich legen. Der Schwefel, der sich im Zwiebelsaft befindet, wirkt antibakteriell und desinfiziert zugleich. Der Juckreiz wird gelindert und Schwellungen werden gemieden. Man kann auch ein Stück von einer Aloe Vera Pflanze abschneiden und den Stich damit einreiben. Auch hier wird dann der Juckreiz gelindert. Auch sind immer noch Kühlakkus oder Gelbkompressen sehr hilfreich. Auch sie lindern den Juckreiz des Mückenstiches. Eine leicht schmerzliche Behandlung, aber sehr effektive ist es, einen Löffel zu erhitzen oder eine Münze zu erhitzen und diesen auf den Stich kurz zu drücken bzw. zu legen. Hier werden die Mückenproteine zerstört, die den Juckreiz auslösen. Der Effekt dieser erhitzten Münze oder beziehungsweise Löffel geschieht ab ca. 50 Grad. Die Haut hält diesen Schmerz gerade noch so aus und es gibt keine Verbrennungen. Ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Beitrag ein wenig weiterhelfen und würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit Ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!